so liebe leute schön seid ihr wieder mal dabei zu einem neuen let's play von allen ring number 16 und es wird geil heute wir sind im haus vulkan ziemlich geil hier ziemlich geile location gefällt mir sehr gut und ja hier gibt es jetzt die quest als kopfgeldjäger ziemlich geil und hier ist auch schon unser erst auftrag ich weiß gar nicht was ob das was das für ein einfluss hat auf die tafelrunde aber wir machen das ganze jetzt mal denn wie wir wissen hat irgendwas immer eine eine wie sagt man ein einfluss schauen wir uns kurz hier noch um vielleicht können wir noch ein bisschen aufleben um der andere kollege ist weg ok der ist müde da ist er schon freuen und sterben so wie es aussieht was sagt unser kollege hier wir haben hier nichts mehr schon beides gekauft vielleicht hier können wir ein bisschen unsere sollte etwas wissen ja das hat sie ja schon erzählt das weiß ich können leider nichts und dann nichts aufleben da geisterlich schön mit pfeilbogen schauen wir mal ob wir was aufstocken können waffe verstärken hier können wir unser schwert noch weiter aufstocken und schmied stein fünf haben wir auch zwei geil schmied stein fünf haben auch geil schmied stein fünf fehlt noch einer schade da fehlt noch einer aber schon mal geile kriegsarsche reduzieren schauen wir noch schnell ob wir bei wir können ja glaube ich noch eine perle abgeben die sind weg der typ da check ich doch nicht ganz perle anbieten nein doch nicht und drittere patches hat ja haben wir gekauft was wir so brauchen haben wir auch schon alles gekauft schauen wir schnell hier nicht zu stören der hat nichts viel zu sagen ok sonst nichts mehr spannendes hier bei den zwei Fingern abchecken. Ob es hier was Neues gibt. Talismanbeutel. Oh. Sieht los. Kraft von Echo erhalten. Aha, das sind diese zwei, ja. Kaufen. Was kann man hier kaufen? Was ist das? Halbmondkrone der Königin. Oh, das ist ein Hut. Robbe der Königin. Geil. 7000er. Wenn ich dann zum Elbenfürst werde. Ziehen wir die Fixer, ne? Sonst gibt's nichts mehr hier. Also gut, dann gehen wir jetzt mal hier hin. Und zwar irgendwo das hier. Teleportieren wir uns dahin. Der Sturm. Sturm. Jetzt, wo muss ich durch? Nach oben, hier. Oh, ja. Wenn es regnet, Wölfe. Wenn es regnet, Wölfe. Irgendwo hier. Öh, es ist hier. Öh. Hier ist Koenigs. Schauen wir uns mal den Brief an. Was da steht, weiss ich ja da. Wies wann der Alte erhält sich im Lingrave aufsucht, die rote Markierung auf eurer Karte um den genauen Ort zu erfahren. Ja gut, den hab ich ja jetzt. Grave. Müsste ja irgendwo hier sein, oder? Müsste ja irgendwo. Müsste ja irgendwo. Ist wann der Alte Ritter. kein Ort zu erfahren ok, ja, ich bin hier aber erst nichts hier oder ich sehe ja niemanden hm ist gar nichts komisch oder habe ich den schon? ist das, war das vielleicht ich glaube, da war doch ein Phantom war und ist vielleicht das gemeint gute Frage quatschen wir schnell mit ihr und schauen, was sie sagt nee hm, 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 hm ich bin doch hier ist wann, ist wann nee, hier ist der ist wann der alte Ritter ja, ich habe ja die rote Markierung aufgesucht aber hier ist der gar niemand da gibt es noch eine andere nee ist die einzige hm, 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 hm Einfach so eine goldene Saat. Hier war da vielleicht mal ein Verkäufer oder so. Oder er hält sich irgendwo hier auf. Das kann natürlich auch sein. Vielleicht müsste er ja genau hier sein. Vielleicht versteckt er sich ja hier irgendwo. Blöden Wölfe da. Wie ist das da? Ah, das sind nur die Schnecken da. Hm. Vielen Dank. Vielleicht ist es ja hier irgendwo. Gute Frage. Wir schauen mal schnell. So, mal schauen, wo der Penner ist. Müsste ja irgendwo hier sein. Ja, ich sehe ihn nicht. Gute Frage. Ist er auch da? Mal schauen. Aha, okay, okay, jetzt habe ich es gepeilt. Ah, so, und zwar hier. Hier. Das da, das habe ich jetzt übersehen. Hier haben wir es, ja. Jetzt haben wir es. Oha, okay. Okay. Oh, jetzt. Oh, shit. Warte. Ah, ganz knapp. Ah, du Arsch, ey. Jetzt warte doch. Boah, jetzt macht er auch Doppelhändiger. Und noch ein. Und tschüss. Grob. Schön. Aha, jetzt, das habe ich übersehen, das Teil da am Boden. Macht ja eigentlich auch Sinn, da wir jetzt einen Schuppenhelm, Schuppenrüstung, Schuppenstulpen, Schuppen... Ah, geile Rüstung, ey. Also, unseren ersten Kill haben wir. Den gehen wir mal zurück. Also, die Location sieht schon geil aus mit dem Schloss hier. So. Jep. Dankeschön. Wir versprochen. Mag-ma-schuss. Okay. Zur Tapferkeit. Okay. Jetzt gibt's nichts mehr, das. Oha. Okay. Warte. Bösartige Schnecke, Mann, ey. Sowas gibt's nur in Elden Ring. So ein schönes Tier ist so bösartig. Spriesendes Horn. Mal schauen. Mal schauen, wo es hier lang geht. Oh. Scheiße. Hallo? Hä? Hä? Oh? Zeig. Oh. Scheiße. Zeig. 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 Schlangenpfeil Oh, was habe ich hier ein schönes? Handbuch, normalerweise kriege ich es Gut Asche des wahnsinnigen Parfümeurs Karmann, oh geil Die ist zu Okay, schnell was gefunden Geil Jetzt nichts Oh, hier geht es ja noch runter Aufpassen auf Schnecken Ui Oh, shit So Ah, ist schon geil, diese Attacke Blut und Krallen Ist richtig geil Was haben wir hier? Feuertrockenleber Oh, wo sind wir hier? Eine Kirche Schauen, wo es hier raus geht Da unten war ich doch Ach, ja genau Da wurde ich ihn teleportiert Oh, hier ist eine Brücke Geil Kann ich die Brücke aktivieren jetzt? Nee, von der anderen Seite Scheiße, natürlich keine Ich kann kein Pferd rufen Aha, falls ich Okay, also hier geht es nicht weiter Schon geht es hier weiter Ja, hier geht es weiter Oh Oh Was ist das? Big Boy Oh, shit Hält noch einiges aus Schlangenmenschen Minga, Schlangenmenschen Schild, das ist crazy Eigentlich wollte ich jetzt Kopfgeldjäger noch ein bisschen machen Oh, Hunde Boah, das war Ninja-like Das war richtig like Ninja Wo ist denn das Teil hier? Oha Oh, 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 oh Nein Wieso? Also hier geht es nachher weiter Okay, ja Aber Ich will eigentlich noch ein bisschen Kopfgeldjäger machen Das ist ja nicht nur ein Das sind bestimmt mehrere Deswegen Aber ist geil Wir haben wieder ein Dings Gefunden, wo es weiter geht Das ist schon mal cool Den kann ich Deswegen schauen wir mal hier Was gibt es Kann ich noch mit dem Schwätzen da? Kann man hier aufmachen Mal schauen Was gibt es da? Was hat der zu sagen? Der sagt nur das gleiche Oh, der andere ist weg Jetzt weiss ich noch hier Was ist hier? Ah, Brief des Vulkan Hier haben wir den nächsten Auftrag Was hat die zu sagen? Ja, du bist bestimmt übermüdet Hier Gesucht von Haus Vulkan Relay Wo ist jetzt das? Hier unten Oha Also ich denke Also ich denke Hier Ja, da sind wir richtig Ja, genau Zeig mal Mr. Krabs Mr. Krabs Ich habe jetzt keine Zeit Für dich Zack Weit da vorne Weiter vorne Ja, ungefähr da vorne Ah, da vorne Ah, du Arsch Irgendwo hier Ja, hier oben Dringen wir in seine Welt Los geht's Der zweite Oh 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 Oha Ganz knapp Ah Ah Du Arsch Ah Ah Shit Fels im Weg Fels im Weg Yep Schnell, schnell Gut, jetzt Sind wir bereit Zack Zack Das war's Sehr schön Number two Ist erledigt Crepus Fiole Seuchenbolzen Oh, Seuchenbolzen Klingt doch geil Da guckst du Nummer zwei Schlangenknochenklinge Erfahrt These houses Rikard Rikard The erd tree Blessed the tarnished With grace But it was all Too meager In the face Of the enormity Of their task The tarnished Were forced To scavenge Squabbling For crumbs Like the shardbearers Vying for power In the wake Of the shattering Our lord Indignant Has refused To scurry About Fighting Over what Amizer These scraps They allow us If the earth tree And indeed The very gods Would debase Us so Then we are Willing to raise The banner Of resistance Kitserai Nice There If you follow this Heroic path One day The lord Will see you The lord's Visits with our champions okay also der der wird bestimmte motherfucker sein auf jeden fall wo jetzt ist der weg die ist auch weg der ist wieder da rot krass was hat er zu sagen ich habe nicht erreicht ich habe noch nie geschafft ich habe noch nie geschafft ich bin ein fool, ich bin ein bisschen nicht mehr es ist besser als das als Dinge standen, wie ein einfaches Mark ich gewesen wäre es ist einfach kein Ende zu meiner foolishness vielleicht bin ich ein fool, ich bin ein einfaches Mark vielleicht bin ich ein einfaches Mark es ist besser als das einfaches Mark ich gewesen wäre Hm. Mal schauen, wer es dieses Mal ist. Eine Schriftung. Dieser letzte ist blutrot. Juno Hoslow, Ritter des Blutes. Wenn sich auf dem Berggipfer der Rissen aufsucht, die rote Markierinfekt. Oha. Juno Hoslow. Hoslow, den Namen haben wir doch schon mal gehört. Oh, scheiße, da war ich jetzt noch gar nicht. Wie komm ich da hin? Keine Ahnung. Wahrscheinlich irgendwo, puh. Hier denke ich nicht, wahrscheinlich irgendwo. Hier durch oder hier sogar vielleicht. Hier sieht es relativ zu aus. Hm. Komme ich wohl dahin. Na ja, gut. Gehen wir halt mal hier weiter. Schade, dass es leider ein bisschen weiter oben ist. Wo ich gar nicht hinkomme. Aber die sparen wir uns ja noch auf. Dann machen wir hier weiter. Ich muss aufbauen. Ich habe eigentlich 18.000, was gut ist, aber... Ich muss aufbauen. Ich habe eigentlich 18.000, was gut ist, aber... Das ist bestimmt irgendwo auf dem Dach hier oben. Was macht der? Was macht der? Der verfickt stark, ey. Greift da vielleicht ein bisschen die anderen an, wer weiß. Ich lasse mal weiter gehen da. Schauen wir uns kurz noch um. Hier oben gab es doch was. Schmidstein 6. Sehr schön. Treffe ich bestimmt nicht. Ist klar, ja. Gleich von da. In your face. Gehen wir mit zwei Dingen an. Zack. Ah. Gut, dann schauen wir hier weiter. Jetzt ist er. Der bleibt da stehen, ne? Der macht nichts mehr. Ah, da unten ist er, ja. Oh, und? Oh, kommt er hoch, ey. Oh, 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 oh. Das blöde Teil, Mann, ey. Das macht mich eh kaputte. Komme ich da rüber? Komme ich da hoch? Ich glaube, ich glaube, jetzt hat er mich gesehen, oder? Oder er hat mich, nee, jetzt hat er mich gesehen. Oh, 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 fuck, ey. ich dachte ich wäre hier sicher blöde schlangen kennen wir aus dark souls aber ein bisschen anders schon blöder hund sind jetzt meine runen hier vorne das war knapp das war knapp ich brauche glaube es mit 6 oder 27 ich gehe ich will eigentlich schnell meine runen auf brauchen denn ich habe da keine lust die zu verlieren deswegen schauen wir schnell wie viele sprache 7 3000 brauche ich noch wie viel gibt der kleine wunder der furz dreht schnell durch 700 okay ist gut hey Komm schon. Wow. Strange. Ich stehe hinter dir. Dankeschön. So. Aber schon, blöder Hund. Zack, 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 zack. 28. So, das reicht. Können wir jetzt starten, ab jetzt. Gut, und zwar machen wir Weisheit oder Glaube. Glaube, Glaube. Gut. Also Leute, let's go. So. So. So ist es gut, wenn sie schön in der Ecke an der Wand sind, dann können sie nicht irgendwo hinfliehen. Das ist gut. Machen wir hier oben diese zwei. Ja, oh, okay. Zack. Die sind schon ein bisschen kräftiger, da muss ich schon aufpassen. Aber es ist machbar. So, fährt es mir da rüber. Hup! Gut. Ich habe doch gesehen, hier kann ich doch irgendwo rüber gehen. Ah, da. Da. Hm. Jetzt komme ich da rüber. Ah, hier unten. Okay. Oh, shit. Fuck. Du wixai. Ah. Ah, nein, 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 nein. Oh, ich lebe noch. Ich lebe noch. Aber ich bin vergiftet. Scheiße. Dieser Wichser da. Äh. Der ist... ...nach unten gefallen, ja. Der ist unten. Ja, der wird... Der wird mir nachher schon noch auf die Eier gehen. Der wird mir nachher schon auf die Eier gehen. Oh. Oh. Hoppa. Hoppa. Uh. Gut. Du blödes Teil, Mann. Oh. ich hoffe der kommt nicht darüber so wie es aussieht nicht ja scheiße doch der kommt hier rüber fuck noch ein schlag oh shit ich hab's gewusst ich hab's gewusst alter ich hab's doch gewusst siegel des edelbaums auf scheiß ich bin voll in der sackkasse jetzt aber zum glück geht er zurück das wäre ich jetzt am arsch gewesen dann rufen wir mal ein paar freunde hier auch da ein bisschen unterstützung leute ja gut gut sehr gut dankeschön was geht hier ab oh shit bin ich blöde voll reingelaufen oh gut oh schnell weg 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 oh dieser was ist noch hier man oh fuck oh scheiße man nein nein das war voll der fehler oder vielleicht war es auch nicht so ein fehler da schnell oh ich muss aufpassen oh je hoppa weg weg Oh nein, Kollege, ich hätte ihn fast gehabt, ey, wieso, wieso, oh, das ist so ein Arsch, Mann, ich höre, ey. Oh, shit. Scheiß Ding, Mann. So. Kommst du? Oh, und wie er kommt. Jepa. Zwei, drei. Da, verpiss dich hin. Maltöter, Grossbeil. Okay, gut, also, jetzt kommt halt der Arsch nicht mehr runter. Aber es wäre eigentlich eine gute Position gewesen von hier aus. Also könnte man ihn irgendwie vielleicht nochmal runterlocken oder so. Hier ist ein Hund, oder? Da ist ein Hund. Oh. 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 Da, da, da. Hey. Oh. Ja, voll verwinkelt hier, überall, ey, shit. Weiß ich gar nicht, wo lang. Da weiß man ja gar nicht, wodurch man hin soll. Aber hier geht es sowieso nicht mehr nach oben, so wie es aussieht. Hm. Also muss ich da durch. Ich muss ihn hier nochmal nach oben. Weiter gibt es hier auch nicht. Und nochmal eine komplette Welt, ey. Oha. Schaffe ich das, ey? Was meint ihr, Leute? Ich denke, von hier wird es gefährlich. Von hier könnte es gehen. Oh. Oh. Oh, gut. 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 Da komme ich nicht hoch, ey. Ha. Okay. Hier auch nicht weiter. Da muss ich einfach auf hier weiter. Scheiße. Oh. Da komme ich dann von da oben. Und jetzt bin ich ganz unten. Okay. Oh. Guck mal, wie der kleine spielt. Wie süß. Jetzt, komm her, voll daneben, und noch ein. Gut, bam, schwelender Schild, oh geil. Komm ich da rüber, oder bin ich direkt tot? Das sollte schon gehen. Oh shit. Oh, es explodiert einfach. Den hätte ich lieber nicht reingehauen. Okay, jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt müssen wir aufpassen. Kommst du? Jetzt. Oh, Quatsch. Das auch noch. Genau, von diesem Dach komme ich da runter. Da ist auch noch einer. Puh. Du gehst bestimmt drauf. Oh shit. Oh shit. Oh shit, da ist ja. Oh shit. Ah, da sind sie ja, sehr schön. Schmidstein 6, hat sich gelohnt. Hoppala, ist ein bisschen verbrannt. Sonst, oh, da oben ist noch was. Diese lassen wir schnell in Ruhe hier. Goldene Rune, sonst war ich ja jetzt hier, gut. Brauchen wir nicht. Ah, okay. Von da bin ich ja gekommen. Hier habe ich jetzt abgecheckt. Aber. was genau das meine ich wieso guck nicht so blöd so BVS 27 glaub war's Scheiße, so eine halbe Stunde irgendwie hier am gleichen Ort Oh, nein Vergiftet macht nix Komm schon So ein Kackmann 28 sogar Mir Gut So, jetzt können wir ein bisschen Der ist weg da Oh, nein Scheiße Oha, oh, oh So kommt mir der hinterher, Mann Das ist nur, weil ich runtergefahren bin So, jetzt mal Schmidstein-System. Ah! Ah, weg, weg. Weg. Puh, keine Pause. Sammeln her. Oh! Alter! Wieso? Welche was hat er geschenkt? W ist nix gutes. Por puren Medaillon! Oh, scheiß! Oha! Nicht von dieser Seite. Für was habe ich denn den ganzen Weg gemacht? Oh, was ist das? Oh scheiße man, reine Folter hier, was geht? Ich mach mal hier die Tür auf. Oh, das ist crazy. Wenn ihr es schlimm gefordert habt hier. Oh. Oh. Oha. Das ist ja das Haus des Schmerzes. Das war ziemlich schlimm alter. Wenn sie noch mit einem Sack eingepackt und so. Das ist ja das. Oh. 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 Ja, ist die voll der Kammer vom Feinsten. Oh, je. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Oh! Blöde Schlangene Vulkanstein Sprengbolzen Okay, gut, dann dadurch Können wir schnell auftanken Jetzt wohlan Mal hier durch Oha, jetzt holt er die Peitsche raus Crazy Schauen, was es hier gibt Schminstein 6 Gehen wir wohl mit dem Lifter hoch Holen jetzt noch einer Wo ist auch noch ein Lift Verbunden Hier könnte es weiter gehen Wir schauen schon noch auf oben Gleich gibt es da eine Abkürzung Oh genau Oh shit Was ist das für einer Big boy In your face Warte, warte, jetzt Sehr schön Sehr schön, drei Schläge und er ist weg Genau, hier ist die Brücke Hier können wir aufmachen Ich glaube, das war die Brücke Die Frau gemeint hat Kann sein, oder? Das könnte sein Das könnte sein Das ist die Abkürzung Die wir jetzt freigeschaltet haben Genau, da ist er, unser Leuchtfeuer Sehr schön Jetzt geht es hier und unten weiter Oh, da ist Boss Time Okay Jetzt haben wir 11.000 Könnte man noch gebrauchen Oh, oh Scheiße Oh Nein Ah, ich komme nicht raus Oh 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 Scheiße Voll daneben Shit Was ist das? Oh Was ist das? Oh Oh Ah Du warsch Man Die Kamera Oh 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 Scheiße Oh Ah Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass er hier nach hinten kommt Ah Du Arsch Der Boden Nein Oh Oh Wieso Kommst du da durch Oh Nein Nein Oh Es geht mit dem ab Ich habe nicht gesehen, dass er springt Die Sonntags Und dann mal schauen, was wir hier auf dieser Seite so finden Erdenbaumkirche Handbuchmissionar Siegel der goldenen Ordnung Wir müssen das Gold Tausende Fiesler Okay Warte mal Hier Wo bin ich jetzt? Wir sind hier nach unten irgendwo Irgendwo eine Schatztruhe oder so versteckt sein Schwellender Schmetterling Oh 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 Hier unten Also andere Seite Aha, das ist doch da unten. Ja, 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 das ist doch da unten. Das ist doch da unten. Das ist doch da unten. Wo ist dieser? Hier. Hier. Aber da muss ich den ganzen Dungeon machen. Okay. Wo finden wir zum Beispiel diese... Schnell wieder rüber. Oh, oh ne, die Tür ist schon offen. Schon vergessen. Jetzt hier Schmidstein 3, Schmidstein 4. Ja, sehr schön. Das ist doch gut. Der ist schon tot oder lebt der noch? Oh, der ist tot. Rogers Klangperle. Spitzhut. Und Kleider. Rogers Brief. Oh, was steht denn da? Ein Brief 1 hatte ich gerade vergessen. Scheint, der hat einen jüngeren Bruder. Ich habe gehört, er schlummert in dem Äquadukt bei der ewigen Stadt. Nocron, angeblich gerade gar nicht. Reitenpferd für diese Stefan, Prinzen des Todes. Okay, tut mir leid, Bro. Das war's mit dir. Das will ich noch schauen, da. So, was brauche ich hier? Gräber, Taille, 4. Wo finde ich diese Scheisse, Mann? es lässt ja auch irgen, wir sind also halt immer hier ein. nicht diese noch müssen auflöpfe auch teil an welchen dann schon finde ich die man sich das man damit gräber taille 2 3 4 katakomben der schwarzen klinge katakomben schwarze mich jetzt was würde ich jetzt wissen wo das ist alter schwarzen klinge schwarzen klinge habe ich doch irgendwie schon was gehabt glaube ich dort berührt die und so und so was ist diese ding aha das ist da verrückt es mir nicht hier hier mal schauen ich habe ihn ja schon mal gemacht hier aber jetzt mal schauen was man jetzt finden ich mache vier Stück davon aber von Stufe 4 1 1 1 2 1 2 2 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 6 5 6 9 10 10 10 10 11 10 11 12 12 15 16 15 16 20 16 Oh, siehst du denn das? Greber Talib 4 einmal, Woha! Assessin Himmelsklinge, schwarzer Messerabdruck Diese bräuchte ich, also muss ich nochmal rein und raus für diesen oder hat es noch von denen Jetzt nix mehr Werden also die Weiß, ne? Woha! 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 Das ist keine mehr. Also gibt es nur einen da oben, so wie es aussieht. Ich muss den jetzt viermal machen, damit ich da vier Stück kriege. Grab falchen. Und da vorne. Hier war es doch hier. Hier war doch die Blume. So finach. Und da vorne. 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 Voll kacke. Na gut, dann probieren wir nochmal diesen Bustel. Und da vorne. Und da vorne. Und da vorne. Und da vorne. So nochmal in die Festung. Gut. Gut. Schau doch nicht mehr. und noch ein paar hundert das reicht eh, home Hört da auf, Mann, ey. Ah, daneben. Hm. Jo, jo, jo. Ey, gleich nochmal, oder? Zweimal, ne? Jo, ey. Komm. Kollege, was ist das, ey? Ey. Ja, komm jetzt. Ja, endlich, Mann, ey. Du Puh, Mann, ey. Du Arsch, ey. Ah. Götter Skalbnadeln. Wir haben eine Präsenz. Der verfickte Wichser, Mann. Ich wüsste, Mann, ey. Ui, ei, ei, ei. Ui, ei, ei. Ja, was haben wir jetzt hier? Schlangen Amion. Okay. Okay. Was ist das? Etwas funkelt hier. Hier links. Ah. Oh. Oh. Fuck, Mann, ey. Okay. Okay, Gerät bewegt sich nicht. Gut zu wissen, ne? Gut zu wissen, ne? Also hier geht's von hier aus nicht weiter. Ja. Ja. Ich denke, wir sind hier mehr oder weniger mal durch. Und ja, das war's von diesem zermürmenden, oh. Huh. Let's play. Mit diesem scheiß Boss da. Aber wir haben ihn geschafft. Und das war's, Leute. Schaltet wieder das nächste Mal ein. Wenn es heisst. Elden Ring. Hass und Liebe. Ihr Bayama Games TV. Let's play. Kuss. Und ich bin raus. Peace.